Einen schönen guten Tag, hier ist Nessi auf Eurotrack Simulator 2. Ja, so heute geht die Fahrt weiter und ja, was soll ich noch sagen? Habe ich schon gesagt, letztes Mal, ich kann im Moment Life of the Woods nicht mehr aufnehmen. Jetzt weiß ich, wo es dran liegen tut. Ich habe immer gedacht an der Aufnahme. Nein, es liegt direkt am Life of the Woods. Okay, jetzt hat ich den Fehler gefunden und das war es auch. Gut, ich wollte mal so spielen und nein, es hat nicht geklappt und ja, aber ist egal. Ich weiß nicht, wo es dran liegen tut. Am PC oder irgendwo andere Spiele gehen alle. Okay, dann sagen wir mal tschüss bis, äh tschüss, ne. Ich wollte eben gerade sagen, nach dem Intro geht es wieder weiter. Ja, toll. Supi. Ja, okay. Okay, bis gleich. So, ich bin in mein Fahrerkabine schon eingestiegen. Die Kleine guckt immer auf den Fernseher. Die hat auch zum Naschen, sehe ich jetzt gerade. Ja, hat sie. Guti, dann machen wir Lichter. Okay, wie sieht es da aus? Da kommt nichts. Gut, dann kann man mal langsam losfahren. Nach Frankreich, weil ich letztes Mal gesagt habe, äh, wo ist denn hier los? Hier ist Stau. Wie immer, hier ist wieder Stau. No. Ich habe gedacht, er will auch langsam losfahren. No. Guti. Leute, fahrt doch mal. Ich habe einen Liefertermin. Na also, geht doch. Ne, ich habe gedacht, jetzt wollen die nicht mehr. Oh, er wartet. Dankeschön. Finde ich lieb für euch. Genau. So, auf der Piste. Jetzt weiter. Genau. Jo, heute gehen wir mal in Kino. Mal gucken, was wir uns angucken tun. Jo, genau. Ne, und das klappt jetzt alles prima mit meinem Aufnahmeprogramm. Keine Schwierigkeiten mehr. Nö. Auch mit der Neue jetzt. Wartig habe. Funktioniert prima. Nö. Alles in Ordnung. Jetzt wieder hier. Bleib. Bleib. Was ist nie los? Ah, Bäume. Bäume. Hilfe. Bäume von der Stirnblätter. Auf die Straße. Wasser. Da waren Straßenbäume. Na. Ist wieso nur 80 erlaubt. Was? Genau. Ne, wir wollen, äh, Pratition an uns angucken. Wieder mal gucken. Genau. Was? Äh, bin ich schon in Frankreich? Ich wüsste jetzt nicht. Gar nicht. Wann hier ja, war ja schon der, der Schnellzug. Hä? Ne, ich weiß ja noch mal nicht wieder. Okay. Ihhh, jetzt fängt alles zu pissen. Ich hab gedacht, es... Nee, es fängt an zu pissen. Ne, ein Teil. Na super. Und es platzt an Regenwände. Finde ich echt... Jut. Mal gucken, wie weit heute kommt. Ich komm bestimmt bis zum Fluss. Das schön ist jetzt so. Wenn es Ringen tut und über den Tunnel fahren tut, dann Ringen auch nicht. Und die Straßen glänzen. Wunderbar wie das sein soll. Hm, ich wüsste heute. Jut. Ich bin... So, mal gucken. Wie ich hier weiterkomme, tue. So, Jenschen, was los hier? Jut. Okay. Jetzt sind wir auf der Landstraße. Jut. 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 Bin ich jetzt eigentlich noch in... Uh, ja. Nee, jetzt bin ich in Frankreich. Achso. Ich hab mich schon gewundert. Oh Gott. Oh Gott. Ist hier weit los. Hier ist wirklich ganz schön... Ja, eine schöne Strecke hier. Aber es macht richtig Spaß hier mit dem Simulator zu spielen, würde ich mal sagen. Oh, der Bergauf, der macht mir Jenschen Schwierigkeiten. Oh ja. Jenschen kurve ich die Strecke hier, würde ich mal sagen. Oh ja. Und Jenschen, was los hier? Jut, hier ist wirklich eine 50 erlaubt. Verstehe ich nicht. Jut, wird er gleich bestimmt wieder... Genau, da fängst du schon wieder an und ich darf wieder schnell fahren. Wir wissen ja gar nicht, was da los war. Warum da 50 nur erlaubt ist. Nee, ich habe mir nicht zu viel zu erzählen. Oh ja, ich habe mir nicht zu viel zu erzählen. Nee, ich habe mir nicht zu viel zu erzählen. Viel zu schnell! Warte, was das schönste ist, das spiegelt hier alles. Was ist denn da los? Der ärgert mich schon wieder. Oh, bin auch gleich da, sehe ich gerade. Jo. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt gleich da sein. Darf ich jetzt so ringen? Bin doch gleich da! Mein Gott! Meine Güte, der meckert jetzt schon wieder hier rum. Die Franzosen, die wollen im Mai alle schnell, schnell haben. Oh, hier ist die Straßen, der meckert sich gut, ey. Oh, hier ist die Straßen, der meckert sich gut, ey. Dann habe ich ja auch gleich geschafft hier. Dann habe ich ja auch gleich geschafft hier. Die Mission-Cortainer, die wir haben wollen. Ist hier irgendwas drin was Besonderes? Ich weiß es nicht. Muss ein bisschen irgendwo irgendwas bis zum Beispiel sein. Ich weiß es nicht. Muss bestimmt irgendwas besonderes sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann kann ich ja schon wieder die Bejo wieder mitnehmen Machen wir doch Gut Annehmen Gut Okay Jetzt füge ich über die nächste Stadt aus Noch habe ich ja noch Zeit Hier Hier sind zwei Sachen Zwei Sachen Da fahr ich mal hin Ich fahr mal hier hin Hm So Ich will so fahren Ich will da vorbei gehen Genau Gut Okay Dann fahr wir mal da hin Okay Okay Bestimmt sind da wieder neue Eckertwähler wieder zur Verfügung Deswegen Deswegen Dann muss wieder Gas gehen Sonst komme ich eigentlich hoch Und ich kann ja da Minerleeser von Kling Okay Und ich kann ja da Minerleeser von Kling Jut, dann wollen wir mal sehen, was da geben tut. Okay, ich muss einen kleinen Stopp machen. Aber jetzt gehen Hänge an, deswegen kann ich jetzt enge Kumpen machen. Jut, dann fahren wir mal ganz schnell in die Stadt rein. Genau, von da aus mit der nächste Lieferung. Mal gucken, wohin. Ui, 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 viel zu schnell fahren wir. Ah ja, bin ja auch gleich in die Stadt. Ich bin kurz auf die Stadt. auf der Autobahn rauf. Ist doch eigentlich in Stücke zu fahren. Jut, dann fahren wir eigentlich in den Städt rein. Oba, was war das denn? Habe ich mich eben erschraken. Was, hier darf ich 90 fahren? Nee, oder? Toll, ich darf nur 70 fahren. Und jetzt nur 50. Na nu, wo hat das denn los, Kleiner? Es war noch grün, Leute. Es war noch grün, Leute. Heute! Fährt da einfach wieder zurück. Ich bin... Na, Leute, was ist denn los hier? Ach, ein... Renu, Händler! Habe ich schon. Ich glaube, ich dachte, es ist hier... Satom... äh... Leider andere Händler. Aber leider nicht. Gut. Leider nicht. Ja, jetzt müssen wir warten, Leute. Tut mir leid. Und... Ja... Hä? Whoop! Woah... Der Terrorkerker! Da ist ja niemand drinnen! Ein Geisterfahrer, der ist ausgestiegen! Bist ihr auch draußen? Tatsächlich! Überall sind Fahrer drin. Nur bei den Transporter nicht. Das ist ja lustig. Gut, ich packe hier mal ein. Gut! Gut, dann haben wir es geschafft. Machen wir die Maschinchen aus. Gut, und ihr sagt mal, ich habe die Lieferung abgegeben und ja. Guck doch nicht immer auf dein Handy drauf. Da gibt es nichts, was besonderes. Okay, dann drücke ich mal auf while. Stell mal kurz aus. Genau. Und dann sage ich hier mal, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer Nessi. Ja. 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 Ja.